Sollten Sie an Ihrem Bebauungsplänen festhalten, vergolden Sie der Signa einfach nur noch die Grundstücke. Signa wird dann zu maximalen Preisen verkauft, das verspreche ich Ihnen. Dann ist das Ziel erreicht, bevor irgendein Bau beginnt, ist das Warenhausgeschäft endgültig abgewickelt. Signa hatte noch nie ein Interesse am Warenhausgeschäft und Galeria Kaufhof und Karschatt sind dann Geschichte. Das ist die traurige Realität, mit der Sie sich mal auseinandersetzen müssen, die Sie mal zur Kenntnis nehmen sollten. Wenn Sie etwas für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung in Berlin und für die Angestellten tun wollen, dann steigen Sie jetzt mal weg vom Schoß des Herrn Benke und setzen Sie sich mit aller Kraft gemeinsam mit uns für die Kommunalisierung der Grundstücke ein. Geben Sie das Planungsrecht an die Bezirke und unterstützen Sie eine soziale, eine ökologische, eine Neuplanung, eine partizipative Neuplanung, die tatsächlich dieser Stadt Rechnung trägt.